Willkommen zu einer Runde League of Legends und zwar Earth-Modus, weil er wieder da ist. Yay. Yay, hallo. Hier ist es, wo in alle Richtungen sowas geschossen wird und das neue ist voll kacke. Früher war es besser. Früher musste ich erst 10 Milliarden Sekunden laden. Ja dafür, dass wir uns beide dieses eine Item kaufen, mit dem man springen kann. Warte mal, wie heißt das? Protobelt? Das ist einfach so stumpf. Du hast auch das Video angeschaut, oder? Na gut. Oh lol. Drauf! Auf die Viora! Oh mein Gott! Alter, wie nice! Das neue Bloody-Meer-Ding ist, kann er sicher aufladen. Oh wie geil. Ich hab keine Ahnung, was er denn eigentlich kann. Weil ich die noch nicht... Oh lol! Komm schon, komm schon, komm schon! Hure! Alter, wir machen die so fertig! Nein! Oh lol, ihr hielt, ihr hielt Dings-Hums. Zurück. Oh, Schmack! Oh lol. Ist ein Echo. Ähm... Oh ne, jetzt hab ich hier den Scheißs-Buck, dass ich aus dem... Dingens rausgelitsch. Ok. Nice! Guck, warte, warte, jetzt mach ich billig fitten Schaden! Hoho! Meins. Vladimir ist einfach so ein geiler Champ in dem Modus Du musst ja noch mehr Q spammen als das normal muss Ah, ich hab vergessen, ich muss die Scheiße ja aufladen Meine Ehe Oh lol Easy Easy Alter, Vladimir ist so geil Boah, guck mal, ich kann den Scheiß die ganze Zeit neu auslösen Easy 21.000 Leben Alles, mein Schaden Nein Oh Ja, das ist äh Siehst du, deswegen wollte ich Vladimir 4-0 Aber ich frag mich, oh ne, ich hab vergessen meine Runen zu ändern, äh meine Masteries und Drohnen Ja, ich hab die Scheiß Mastery, dass ich deinen Schaden übernehme Ist schon nicht schlimm, also Ja, nicht schlimm für dich, aber schlimm für mich Ich hab das selber Mastery Ah, okay Ah, ich nehm auch deinen Schaden Ah, ich nehm auch deinen Schaden Ah, ich nehm auch deinen Schaden Ah, gut Oh, lol Ja, die ist ein Echo Der macht Schaden Ja, dann Oh Ja, ich heile mich kurz einfach Ah, irgendwie heile ich mich grad nicht so sehr, wie ich es normalerweise getan habe Also letztes Mal bei Earth Also letztes Mal bei Earth Oh, ich hab mein TP, stimmt Oh, stimmt, ich hab gar nicht TP Ja, mach mit Boah Oh Verzieh dich bloß von mir Ja, aber Spaß, der Ah, das spielt Ich bin so schweißig Süß, er rennt weg Was ist da? Lol Rekt, bitch Ja, 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 ja Ich mag diesen Champion so sehr Also in Earth Oder 4,0,4 Ist ja Spaß Ich hab 7,0 Ja, ich hab 6 Assists Ich bin total toll Voll der gute Supporter Hm So, welche Fähigkeit Welche Sachen haben alle Zaubervampir Dass sie mein Leben zurückkriegt Ich weiß es grad gar nicht Ähh Ich hab keinen Bock mir Hextech Gunblade zu holen Na egal, warum eigentlich nicht Wunderbar Wunderbar Bauf, falsche Richtung Was? 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 Habe ich? Easy Wunderbar 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 Also jetzt ist Kiste garantiert, oder? Target Am Auf Alles klar 53.000 Schaden am Turm Mann, mach mal! Kann dir da irgendwie kratschlich helfen. Okay, oh okay, jetzt kann ich das... Oh, ist das geil mit dem Champ, Mann! Das ist so geil! Lass die Minions mir, damit ich mich heilen kann. Aber irgendwie heilt das nicht mehr wirklich stark. Ich glaube, wir kriegen den Tauer jetzt mal. Ja, vielleicht. Mennen sie nicht gleich auch. Ja, doch, ich mach trotzdem noch. Drauf, 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 drauf! Oh, das ist oben, alter! Ja! Alter, der... Hilf lasse ich mir, das macht mich so fettig, der Gem. 1101. Nach 8 Minuten! Ah ne, 1102 sogar. Loll! Was Evelyn eigentlich kann, das ist mein Problem. Was ist, Lukas? Ich weiß nicht, was Evelyn kann, das ist mein Problem. Wow! Ich spamm einfach irgendwas und kaufe die Tasten mir noch was. Genau das kann Evelyn. Einfach die Tasten spammen. Aber wieso pick... Wieso nimmt man scheiß Ash? Wieso zum Fick nimmt man Ash? Die kann gar nichts! Ich mein... Echt nicht! Oh, weg, weg, weg! Aha! Ah, morgen. Wie geht's denn so? Alter, der Out-Attack geht. Alter, der Schaden von mir ist insane! Okay, die Scheiß-Potze kann man nicht holen. Die... ja. Einfach zu schnell. Mhm. Ein Gegner wurde getötet und abwollt. Der zu schießt, oder? Oder, äh... Hast du ihn gekriegt, ne, oder? Ja, hab ich. Äh, woh-woh-woh-woh! Also, wenigstens gern die kills mir. Ja, ganz toll. Lol, warum hab ich so ne Range bei mir angezeigt? Ich hab's Angst vor dem Echo, oder? Oh, der Schaden! Mit einer fucking Fähigkeit. Yay. Ich steh drauf. Ich glaub nicht ja mal in den Busch, okay? Alles klar, ich renn uns nicht, warum? Okay. Alter, das ist so dumm. Das ist so scheißen dumm. Alter, wie nice. Das ist dann nachher machen, Alter, okay? Machen nebenbei. Einfach so ganz nebenbei. Audi! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ich glaub, die weiß nicht, was wir können. Ich glaub, die weiß nicht, was wir können. Wir haben da halt grad nicht torbeifeln. Alter! Ja, die hat sich mit dem falschen angelegt. Oh, lol. Er fällt mir. Oh, gut. Ja, mega. Oh, 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 loll, 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 Ari. Oh, guter Ult. Also das ist ein Schingis, die kommt doch mal von, oh, loll. Ich kann mich mal hart am Arsch decken. Fast knapp. Oh. Alter, fahrt die hier ist einfach so. Oh, 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 oh. Hallo, ich bin hier. Hallo, daneben. Loll. Hoppala, hab ich auch gepasst. 14 05 ich werde es versuchen ohne einmal zu sterben zu schaffen was ich mir noch wollen ja genau aber sonst und leuchten wir müssen und kommen durch gepusht im mund schon fast alles durch gepusht ja top land auch nur in der mitte nicht ganz oder 4 steht neuntauer der muss weg das müssen wir werden bladimir ist hat und ich habe es schon gesehen das ist gerade unter was war gerade passiert weil weswegen achtung und ich habe nicht mal schaden für dich damit aufgehen ja ich mache das ist auch ein ziemlich einsatziges spiel aber irgendwie lustig für uns nicht für die hallo 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 wenn ich jemanden angreifen wird die kriege ich die kriege ich die kriege gar niemand von uns ich muss auch noch tritt ausprobieren weil ich denke mit dem kann man die auch auch mann der buster klaut mir meine kills ohne witz man kommt hier kaum zurück zu gehen weil passiert einfach ich glaube die minions machen das eh schon easy in 15 minuten lol ok ja das war folge nummer 1 von earth genau das war earth das ist total der spannende modus ich habe ne kiste bekommen weil irgendjemand jemand S- bekommen hat wer kann das sein wer hat bitte S- 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 ich hab ich hab 16 012 und ne S- was ist das für ne scheiße ja das ist total realistisch aber warte warte das sehen die Leute gerade gar nicht äh Fensteraufnahme ach so ob ihr jetzt im admin offen als admin offen ja jetzt sehen sie es warte mal kurz ich hab keine kiste ich hab ne kiste bekommen ich nicht lol ich hab wirklich ne kiste bekommen aber derjenige der eigentlich ausgelöst hat dass ich ne kiste bekommen bekommt keiner ja warte mal kurz ich glaube ich hab mit Vladimir vermutlich schon ne kiste gekriegt äh ja hab ich ja hab ich dann in der nächsten folge ich hab zwei kisten ja bis dann tschüss 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 tschüss